30 Zentimeter kürzer als vorher werden die Haare von Paula aus Alteneute. Die Zehnjährige will ihre Haare an eine Organisation schicken, die aus gespendeten Haaren Perücken fertigt. Diese bekommen dann zum Beispiel Menschen, die aufgrund einer Erkrankung ihre Haare verloren haben. Und auch wenn Paula anfangs noch ein bisschen aufgeregt war, ist sie am Ende über ihre kurzen Haare sehr glücklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017